Weißt du, Bonny, einen auch professionellen Filmer machen? Interessiert den Hund nicht die Bohne. Interessiert den Hund nicht die Bohne. Du musst alles im Querformat filmen. Was macht der hier seit einer halben Stunde? Filmt alles ruhig im Hochformat. Sag zu mir, ich soll noch bis zur Hälfte ansägen und dann so machen. Ja, was mach ich? Kloppt mir das Ding aufs Bein. Für ein Arsch, ey es wird gesägt. So, jetzt geht's, jetzt geht's ... So, jetzt geht's, jetzt geht's ... Ja. Wow. Also, was ihr eben nicht gesehen habt, ich habe mich etwas blöd angestellt, die Bäume zu zerbrechen, aber ich habe trotzdem auch eine Menge Feuerholz hinbekommen. Jetzt ist mein Fuß etwas blau und jetzt sehen wir mal den Profi am Werk. Vorgesägt ist die Birke. Ist doch alles. Doch ist sie. Mal gucken, wie der Profi das macht. Vielleicht. Yeah, einmal durchgebrochen. Hey, du sollst mich nicht beschmeißen mit dem Scheiß. Zumindest gesägt. Muss nachgearbeitet werden. Die Feuerstelle ist auf jeden Fall schon mal vorbereitet. Da unsere Feuerstelle und hier unser Grill am Vorkühlen. Und dann gibt es Gemüseschiffchen und Grillkäse. Weil, Fisch hat er ja heute nicht gefangen. So, was ist deine Weisheit des Tages für die Nachwelt von heute? Äh, mehr Sägen! Mehr Sägen!